So laden Sie UFS4 auf den PC herunter. So laden Sie UFS4 auf den PC herunter. Freunde, hallo zusammen, liebe Freunde. Manchmal stellt man doch Fragen, wie man das Spiel ja UFC 4 auf einen PC herunterlädt, beziehungsweise wie man UFC 4 auf einen Computer herunterlädt. Schwierigkeiten, nicht einmal Schwierigkeiten. Es gibt ein Problem, das im Prinzip persönlich ich habe es nicht geschafft, das zu lösen. Was Sie sehen, zum Beispiel habe ich tatsächlich auf einer Reise gespielt und Sony PlayStation reicht mir ja, beziehungsweise für Musik die einzige Möglichkeit ist, etwas zu tun. Ja, es ist nach Emulatoren für Sony PlayStation zu suchen, 4 auf einem Computer, weil es so viele andere Möglichkeiten gibt, vor dem Download auf einem Computer zu spielen, außer Emulatoren, kann ich dir nicht mehr sagen. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Auf jeden Fall abonniere den Kanal, liege it. Bis bald.